Am Friedhof links, der nächste Feldweg auch direkt rein. Ach, die Karte ist so gut, sind die Feldwege so versteckt. So, Nacht zu arbeiten wird da auf jeden Fall sehr spannend. Die Flächenvogel, wenn ich jetzt nicht über die Brücke hier komme, weil das zu breit ist. Das wird es nicht sein. So, aber das wollte ich hier einmal umflügen. Und da würde ich gerne einen Kurs, und zwar von 12,2 Meter. So, ich glaube, wir haben uns aber auch nicht mehr passen. Anzahl der Vorgehundeführung aus 3, Amraschar, Speiseichpast, Bahnen, Abgas mit Kurs, so kurz wie mache ich flug senken felder zulassen jetzt müsste er doch ein feld kreieren oder krieg schon du eigentlich von crossplay und dieses hat zum aktivieren ich glaube rechte maustaste bei einem autobus ok ist ja wieder mit lang lebe gamepads deswegen kriegst du nicht aktiviert sich alles überschreibt gestürzt aber wichtig jetzt habe ich jetzt gespannt und nicht mit hier was nehmen er ist doch eigentlich mit ihr auch was mehr kann man das macht damit cosplay hat also vielleicht eine einstellung deaktiviert arm eigentlich rechte maustaste geht sofort an oder entfernen ja entfernt ruhig gerade aber da flitzt das ding mir durch die durchs bild ich glaube ich weiß auch warum die gamepads da viel zu grau noch durch die durchs bild auch geil das ist jetzt diesen alten treckern kann ich wahrscheinlich nur ein mehr wert nutzen was egal nämlich halt nur das funktional schaust er ist im wachstum was ist denn das die wachstum und mir flitzt es nur durchs bild alter stand nämlich auch heute morgen noch ein update drin crossplay die kaffee mod und die polnische saatgut paletten und hast du die updates installiert nö hast du die updates dann würdest du ja auch gar nicht mal aufs server sonst kommen wir nicht dieselben haltest ne genau das ist so seltsam ja im dezember das aussieht doch nicht in rasen nähen ok das aufkloppen das aufkloppen das ist natürlich durchs bild das letzten monat stand hier schon erntereif und ich im wachstum war ich da wo es nicht geht ist das einfach nicht mähbar ok aber dann bin ich auch einmal schlauer geschehen ja ich bin ja jetzt habe ich natürlich alles neue fahrzeuge mit null stunden vielleicht wenn man wenn man beim märz sind sollte man mal gucken ob vielleicht dann ob es dann trotzdem ist ob es dann von zimt wasser holen ja ich werde das mal aufschreife also hier der über der bäckerei gewohnt so ein ganz alter typ also den den geht es auch immer schlechter manchmal nachts ich weiß nicht ob ihm was runter fällt oder was hört sich hier an haja das haus ist lebendig geisterhaus ich finde ich finde es ja nicht schlimm aber ich bin sorgen schon fast weil ich halt nicht dass der umgekippt ist oder umgefallen ist bei so älteren menschen weißt du ja nicht ja gut das ist verständlich was habe ich jetzt auch wieder zu wie kriege ich die türen eigentlich nicht so so ich wollte mal gucken willst du dann die flugaufträge dann würde ich haben alles gut kannst du machen ich werde keine aufträge machen ich werde mich dann er ums forst kümmern weil ich habe mir so gesagt immer im winter mache ich dann forst so wie das halt so ist das macht man ja auch dann ein holz ein bisschen und so stimmt ja ach guck mal an jetzt ist jetzt ist auf einmal im stream der disco drin aber der hat mich vor mir schon heute habe ich die show vorher gesehen okay ja ich weiß nicht vorstwirtschaft ist schon spannend aber also brennholz geht obwohl es das richtig gutes geld deswegen sage ich ja ein paar bämpchen ich habe schon gemerkt wo ich meine wo ich meine bäume da schon unterschossen habe oder abgesägt habe da bei mir am feld weil ich kann auch erst wieder im frühjahr irgendwas ansehen ja genau deswegen habe ich mir gesagt ich mache vorst also aber dann halt nur wirklich in den jahreszeit wo man es darf ich glaube man darf von november bis februar oder so ungefähr machen auch so in wirklichkeit kann ich gesagt da mache ich vorst also ansehen das ist aber halt du darfst sonst ja nicht einfach fällen mitte des jahres so viel ich weiß wegen blabla und tieren und vögeln und was weiß ich nie was und deswegen mache ich das nur im winter aber dann dann erlaub ich es noch wofür was machst du denn hier wieso erstellt er denn jetzt kein feld moment es soll doch eben nicht so sein sonst noch daraus ein feld machen du trottel was forstregnungen betrifft muss ich da ganz ehrlich sagen da bin ich sowieso eine nullnummer also vom wissen her aber dass das mal so ist hätte ich jetzt echt nicht gewusst also habe ich mit meinem vater früher immer gemacht deswegen weiß ich das ziemlich so das war es vielleicht ist es auch regional unterschiedlich das ist ja nicht sagen das wusste ich noch dass wir mussten uns dann ab und zu mal beeilen dass das die bäume da noch weg kommen und so was hattet ihr was hattet ihr da am meisten für sorten hier da buche ja buche hauptsächlich feld 4 ist das denn ach ja ein schaul faul gewählt auch gott geil feld 4 gegenüber von dir das ist ja seltsam wenn ich durch wenn ich da durchfahre erstellt dann fällt wenn ich das automatisiert machen will erstellt das feld nicht das ist ja blöd egal wir machen wir lassen ihn trotzdem weitermachen und dann müssen wir im innerhalb noch die grenzen sozusagen einmal lügen um die felder zu erstellen so ich war jetzt mal zur wassertonne und ich bin gespannt ob ich so ein bisschen wasser kriegt oder mich um sie wo kommst du denn her entspannt lechte bremsen oh meine tochter gestern meine tochter ist jetzt für drei tage auf orchester fährt nach hause gehen ins schlafzimmer sie hat es durchgezählt und mir einen zettel geschrieben 61 kuscheltiere die auf mich aufpassen sollen auf meinem bett ist online wo ich sie eigentlich bin doch noch schlafen muss sie erst mal alles weg räumen ach du liebe güte das aber dann wieder ist aber gold bevor sie wieder kommt wieder hinräumen ist aber goldig ja das ist ja auch süß aber 61 sie hat viele von diesen globschies weißt du die grenzen dinge hat diesen riesen augen man kann kein wasser holen seltsam ich würde das am liebsten jetzt gleich mal ausprobieren ach guck mal jetzt macht er das feld oder was wenn ich drin setze macht er das feld wenn ich nicht drin setze macht das nicht obwohl das hä das ist ja doof wieso macht mir sowas das ist wirklich eine gute frage aber ich glaube man muss mal bei crossplay auf der seite ne doch crossplay auf der seite mal nachlesen ja 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 und